Hallo und herzlich willkommen hier bei Rocket League, diesmal mit den Alpha One dabei und The Count Online im Radio Rock FM und wenn ihr die Musik geil findet, dann geht einfach mal auf www.radiorock-fm.de und zieht euch dort die Mucke rein und wir starten hier ein neues Spiel. und lassen die Musik im Hintergrund laufen und wir hoffen noch mal, dass wir gewinnen jetzt hier Alpha. Ja, ja, ja. Das sieht ja schon viel versprechend aus. Okay, ich erinnere. So, jetzt. Zumindest schon mal eine schöne Arena. Ja, nicht so wie gestern. Jetzt hat sich einer von Kelly da das Bild drin ausgesagt. Du fährst. Und so, so ein Hammerfall-Klassiker. So. Nein, ein Hammerfall-Klassiker. Ich denke, wir werden das Video nicht so viel quatschen, weil wir sind hier immer hochkonzentriert. 2000, das ist schon 17 Jahre her. Die scheinen wir auch. Meiner Meinung nach besten Hammerfall-Ausgabe. Na, na einmal. Das ist ja gerade so ein Scheiß hier. schon so ein bisschen, ja, bergab will ich nicht sagen, aber es wird danach immer schlechter. Mittlerweile ist man so halbwegs wieder auf dem Weg zurück. Tor. Tor. Wie man aber immer noch nicht anknüpfen kann und wahrscheinlich auch nie wieder anknüpfen wird. Nicht so schnell. Da hast du aber den Solt ohne die Rechnung gemacht. Kein Tor-Bruder, kein Tor-Bruder, das ist scheiße. Jetzt wollen wir ein bisschen Gas geben hier. Ich gebe die ganze Zeit schon Gas. Ja. Ähm, so nicht. Ja. Kein Kommentar. Du fährst. Ja. Kein turned regret. CDU darst du bei. 印象 war Unsinn. Ja. 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 Oh. Das läuft ja... Ruh! Läuft überhaupt nicht rund heute. Rückwärts und bergab, Aua, Loll! Meine Fresse, ist ja los! Jetzt aber ja, komm! Geht doch! Das war das erste, du fährst. Ein paar wollen wir noch sehen jetzt. Doppelsprung nach vorne! Ja, so geht's auch. Das war das zweite. Du fährst. Und jetzt kommt das dritte. Dazu nachsetzen? Ja. Ja. Ah, Sack! Jetzt auch nicht mehr. Geil! Geht doch! Puh! Puh! So, jetzt noch ein bisschen ein Fieses. Du fährst. Du fährst. Bro, Deutschland gibt mal ein Mike. Nein! Kein Saft. Jetzt taucht immer auch den Saft. Du fährst! Ja. Ja. Und jetzt kommt das dritte. Die großen die Musik. Ja, der blöde. Die schwarzen die Musik. Die Musik. Ja! Da. Ja! Das war das dritte. Und da ist es! Geht doch! Meine Güte du! Du fährst. Waren sie sich mal uneinig. Das gewusst hätte ich voll drauf gezimmert. Hätte keinen Schwung gemacht. Eine Sekunde zu spät. Toppelsprung! Hab ich doch! Der liegt davor. Da war ich schon auf der anderen Seite. Geil. Egal. Die schaffen jetzt eh nicht mehr. Geil! Einmal noch gedreht. Schönes Ding! So muss das sein! Und dazu die passende Musik. Vom Radio Rock FM. Puh! Lass aber jetzt ab, Harlow. Ich bin auch schon wieder zwei Jahre älter geworden gerade. Und ich glaub, die sind richtig abgenervt, oder? Das hätte ich auch angekackt, ja. Ich wär auch pissig dann. Du fährst gleich das erste Mal nicht. Doch, du fährst. Ich wollte eigentlich sagen, wir haben die neue Arena noch gar nicht bekommen heute. Ja, die haben wir gestern noch wieder jede zweite Runde. Ja. 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 Der andere wartet wieder schön ein Tor. Ja. 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 Hier ist was los, ey. Ach Mann. Ich dachte, das ist über mich rüber, dass ich noch durchfahren kann. Ha, geil, ist auch noch durch. Mitte? Nicht mehr? Bist du da irgendwo? Ach verdammt. Hast du mir auf jeden Fall gedacht, dass da was ist? Auf dich habe ich gewartet. Dass ich den beiden vorschiebe und du schiebst ihn dann rein. Gleich aktiv, genau so. Ah, fast. Ich rede jetzt noch um. Haben sie gut gemacht. Muss man neidlos zugeben, leider. Mann, du Autos, stell dich wieder hin. Ah, das drehen wir genauso wie eben. Hier kommt der Asich. Der holt da einfach nicht rein, der Oloball. Mann, 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 du. Haben die ein Glück gehabt. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, ich sag halt, diese Arena, ich mag die, ich weiß nicht, was mit der nicht stimmt. Ich hoffe, wir den Ball hier schon übers Tor gesetzt haben, ganz knapp. Der Ball will nicht rein, der Ball will absolut nicht rein. Der Ball, der Arena hier ist echt scheiße. Ich weiß nicht, diese Arena, ich weiß nicht, wofür er den Ball schon so knapp übers Tor gesetzt hat. Das ist nicht unsere Glücks-Arena. Nein, die ist echt, die sollten wir mal das liken. Boah. Boah. So geht der ganze Zeit. Das ist Taktik. Boah. 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 Ja, ja. Hätte es sollen sein, ist halt nicht unsere beste Arena hier. Ja, weiß ich auch nicht. Ich mach mir gleich mal Leberwurstbrot hier. Wie du machst Leberwurstbrot? Vielleicht mach ich mal Leberwurstbrot. Achso. Schau mir mal, was wir jetzt werden. Schau mal, schau. Ach nein, nicht die... Die ist doch noch besser, die Arena. Läuft. Die nächste Arena, die haben wir erst einmal gewonnen, oder? Ja. Ja. Die aree. Ja. Ja. Leck mich doch am Arsch Weck da Mal tief durchatmen jetzt So, schau zu voll jetzt hier Wenn du dich holst, dann werde ich hingefriegt Oh, bist du da? Du fährst? Oh nein Ich hätte fast gehabt in der Luft Der Champion von Hemapol Sehr, sehr geil Lange, lange ist es her Ich weiß noch damals zu der Zeit Wo ich auf Hemapol gestoßen bin Scheiße Achtung, Achtung Das Problem ist heute abgepackt Mal nichts machen So, was hab ich noch? Ich hab die mal wieder entdeckt Vor allem von den neuen Sachen Ich hab nur in letzter Zeit zu viele dieser neuen Sachen angehört Sieg grad selber ausgeschossen? Ja Ich bin auch schon wieder 20 Jahre Bis wir hier drücken, was für eine Parade Alles nach 80er ist neu sein und so Da sind wir fein raus Nein, Quatsch Ich hab mir viele der neueren Sachen angehört Und das meiste ist halt wirklich Scheiße Jetzt spenkt der daneben Ich denke, der trifft Äh Das eine oder andere steht Ist aber doch mal dabei So, was gar nicht so schlecht ist Leider ist, äh Gelute alte kleine Wiese Achja Der ist viel zu offen uns am Tor, der Ball Die größten Zeiten, äh vom kleinen Wiesen waren wirklich bei Black Sabbath oder bei Rainbow und äh Ja Danach so alles so Naja Alles so ein bisschen unter dem Radar Es geht zum Beispiel Schade Aber Tor Na schade Oh 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 Das heißt damals, das ist erst fünf Jahre her, vom selbstbetitelten Album 2013 noch, das Beste, was sie gemacht haben. So weit links. Sie sind mittlerweile im Mainstream angelangt, sie sind berühmt, man kennt sie und schon machen sie scheiß Musik. Das hohe alte Dilemma. Man könnte auch sagen, seit dem Volk nicht auf eins live laufen. Punkt. Ja. Mehr braucht man nicht sagen. Oh Gott, bin ich blind, ey. Das ist der Unterschied. Ich find's einfach zum Kotzen. Vorher geben wir uns die Kugel. Ja, genau, die Kugel geben wir uns. Da hat er recht. Wer, was? Hat das jemand erwähnt? Der Count sagt, wir geben uns das Kugel und ich sag, ja stimmt, Tor. BAM! Geht doch. Was machst du denn da beim Anstoß? Was machst du denn da nicht im Tor? 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 Oh! Was machst du denn da nicht im Tor? Was machst du denn da nicht im Tor? Was machst du denn? Was machst du denn da nicht im Tor? Was machst du denn da nicht im Tor? Was machst du denn da nicht im Tor? Was hast du denn da jetzt kaputt gemacht? naja eins geht noch aber die arena wie gesagt haben wir das jetzt einmal gewonnen